Willkommen in einer ganz neuen Reihe von Videos hier bei der Berufsschule 7. Hier soll es um Mathe gehen. Es soll jetzt kein Mathe-Kurs sein, sondern was ich hier machen möchte, sind so kleine mathematische Zusammenhänge erklären, die wir an der einen oder anderen Stelle zum Programmieren brauchen. Und in den eigentlichen Programmiervideos werde ich dann jeweils auf diese kleinen Mathe-Häppchen dann referenzieren. Im ersten Video soll es mal um die Funktionen gehen. Also was sind Funktionen, was kann man damit machen, wie sind sie aufgebaut. Ja, dann legen wir auch gleich los. Also was ist eine Funktion? Und wir kennen den Begriff aus dem täglichen Leben. Also Geräte, technische Geräte haben eine Funktion, wie beispielsweise dieser Getränkeautomarkt. Und was diesen Getränkeautomarkt auszeichnet, er hat Eingabemöglichkeiten, also Knöpfe und Schlitz für die Münze, solche Sachen. Und wenn ich jetzt hier mal was eingebe, beispielsweise eine Münze und ich drücke einen Knopf, dann kann ich eine Ausgabe erwarten. Ja, und zwar idealerweise genau das, was ich, wofür ich bezahlt habe und es ausgewählt habe. Und das ist jetzt erstmal die Idee der Funktion eines Getränkeautomaten. Und wenn ich jetzt beispielsweise andere Eingabeinformationen hinterlege, dann können wir hier an der Stelle eben auch unterschiedliche Ausgaben dann erwarten. Das ist erstmal die Idee einer des Begriffs Funktion. In der Mathematik gibt es das auch, nur die einzigen Größen, die wir in der Mathematik haben, sind Zahlen. Und wir haben das ja in der Grundschule mal gelernt, wir haben diesen Zahlenstrahl kennengelernt. Und dieser Zahlenstrahl in der Waagrechten, den würde man mit x bezeichnen, ist in der Mathematik immer das, was wir als Eingabewerte haben. Also das, was wir sozusagen in die Funktion reinstecken. Dazu gibt es dann auch Ausgabewerte. Ausgabewerte ist dann wiederum das, was rauskommt. Und wenn wir das im rechten Winkel, also orthogonal, würde man sagen, aufeinanderlegen und das eine x, das andere y nennen, dann hätten wir ein Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem hat, wie gesagt, diese beiden Achsen, x, y und, was noch ganz wichtig ist, den Ursprung. Das wäre der Punkt, wo sowohl y als auch x 0 wäre. Das wäre jetzt ein zweidimensionales Koordinatensystem. So, und hier können wir jetzt Funktionen reinbauen. So würde jetzt ein Funktionsgraf aussehen. Ja, dann rekapitulieren wir nochmal. Wir hatten ja gesagt, x wäre der Eingangswert. Das heißt, wir können jetzt irgendeinen Eingabewert hier definieren. Sagen wir mal die 1. Und basierend auf dieser 1 können wir jetzt gucken, wo kommen wir denn da jetzt auf diesen Funktionsgrafen. Das wäre hier an der Stelle. Und an der Stelle können wir jetzt wiederum nach links gehen. Und das wäre dann der Ausgabewert. Das heißt, basierend auf dem Eingabewert 1 kommen wir jetzt aus dem Ausgabewert. Das wäre 1, 2, 3, 4, irgendwas. Okay. Jetzt können wir auch folgendes tun. Wir können diese Eingabewerte beliebig hin und her schieben. Das heißt, dieser untere Pfeil, den können wir jetzt beliebig nach links oder rechts packen. Und je nachdem, wo unser Eingangspfeil jetzt ist, kommt dann auch ein anderer Ausgabewert raus. Und so kriegen wir zu jedem Eingangswert einen Ausgabewert. Und jetzt ist wichtig bei mathematischen Funktionen, dass dieser Ausgabewert eindeutig sein muss. Ich brauche einen exakten Wert. Ich darf keine 2 haben. Schauen wir uns mal ein gegenteiliges Beispiel an. Das wäre jetzt die Situation, wo wir hier beispielsweise einen Eingangswert hätten. Und da würden wir jetzt zu dem Ausgangswert und zu dem Ausgabewert kommen. Und das ist nicht eindeutig. Also ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt der richtige Ausgabewert. Das wäre an der Stelle mathematisch gesehen keine Funktion. Weil ich keine Eindeutigkeit bei den Ausgabewerten habe. Also immer wenn wir so einen Graphen haben, wo zwei Werte übereinander sein können, ist es mathematisch keine Funktion. Wir können uns tatsächlich dieses Beispiel auch bei unserem Getränkeautomaten so ein bisschen vorstellen. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir geben irgendwas ein. Das heißt eine Münze, wir drücken hier einen Knopf und es kommt so eine blaue Dose raus. Wenn ich jetzt wieder eine Münze einwerfe und wieder den blauen Knopf drücke, erwarte ich auch wieder, dass eine blaue Dose rauskommt. Wenn aber eine rote rauskommt, dann ist es ein bisschen merkwürdig. Wenn ich einmal einen Eingangswert gebe und es kommt das eine raus und danach kommt beim gleichen Eingangswert wieder etwas anderes raus, dann ist es technisch gesehen eine Fehlfunktion und sowas will ich nicht. Das heißt, ich brauche eine Eindeutigkeit des Ausgabesignals bei einem eindeutigen Eingangssignal. Und das sind Funktionen. Jetzt ist die Frage, ob man dieses grafische Ding auch nicht irgendwie technischer darstellen kann. Zum Beispiel als Formel. Und ja, das geht. Das, was wir hier als Funktionsgraf sehen, hat diese Funktionsformel. Da steht jetzt f in Klammern x. Das bedeutet, dass das Eingangssignal, also das, was wir wählen können, sozusagen die Münze und Knöpfe, die wir drücken können, das ist x. Und dann steht die Rechenregel, was wir mit diesem x machen müssen, damit der y-Wert rauskommt. Unser Funktionsergebnis. Und ja, jetzt probieren wir das einfach mal mit einem x-Wert aus. Sagen wir mal 3. Und diese 3 wird dann jetzt hier in die Funktion eingegeben. Das heißt, ich trage es hier ein. Und dieses x wird dann eben an jeder Stelle durch 3 ersetzt. Ja, und dann können wir das ausrechnen. Wir können zum Beispiel sagen, 3 hoch 3 ist 27, 3 hoch 2 ist 9 und 3 hoch nix oder 3 hoch 1 korrekterweise ist sie 3. Dann packen wir das alles auf die Nenner der Brüche. Schauen, dass die Brüche gleichnamig sind. Dann rechnen wir die Brüche alle zusammen. Und dann kommt 40 zwanzigstel beziehungsweise 2 raus. Und genau das sehen wir im Graph auch. Wenn ich jetzt hier von der 3 hoch gehe und nach links gehe, lande ich bei der 2. Das heißt, die Funktion auf der rechten Seite leistet genau das gleiche wie der Funktionsgraf. Und ein Computer kann natürlich mit der Funktion sehr viel besser arbeiten, weil die können wir ohne weiteres programmieren. Das heißt für uns, ein Funktionsgraf ist nichts anderes wie die gemalte Form einer Formel. Und faktisch, das auf der linken Seite ist auch nichts anderes gewesen wie ein Java-Programm, das einfach diese Formel hier entsprechend auf dem Canvas geplottet hat. Mehr ist das nicht. Schauen wir uns ein paar weitere Gleichungen oder jetzt erstmal die wichtigste Gleichung an, nämlich die Geradengleichung. Und die ist jetzt erstmal recht unspektakulär. Aber mit der können wir sehr viel in der Informatik machen, weil wir abschnittweise mit dieser Geradengleichung alle anderen Sachen so ein bisschen annähern können. Und dementsprechend gehen wir durch die jetzt mal etwas intensiver durch. Gut, die Formel von dem, was wir hier sehen, sieht so aus. f von x ist gleich 2x. Warum? Weil, wenn ich x ein nach rechts gehe, dann gehe ich 2 nach oben. Oder ich kann auch jetzt 2 nach rechts gehen. Und dann lande ich 4 nach oben. Oder x gleich 4 wäre dann 8. Und diese 2, die da vor dem x steht, die ist dafür zuständig, wie stark mein Wert mit einem gewissen x nach oben steigt. Und deswegen nennen wir das Steigungsfaktor. Also hier in unserer Grafik oder in unserer Formel wäre der Steigungsfaktor 2. Jetzt können wir das Ganze auch noch ein bisschen hoch schieben. Jetzt in dem Fall um den Wert 1. Das heißt, in meiner Geradengleichung muss ich jetzt einfach nur plus 1 hinschreiben. Das heißt, jeder Wert, den wir hier haben, also f von x ist gleich 2x. Und jeder Wert wird dann plus 1 gerechnet. Und das würden wir y-Abschnitt nennen. Und das wäre eigentlich die Geradengleichung. Wenn ich es allgemein formulieren möchte, dann würden wir das eben mit Buchstaben machen. Buchstaben stehen ja immer stellvertretend für beliebige Zahlen. Und der Steigungsfaktor ist m und der y-Abschnitt wäre b. Damit haben wir die allgemeine Geradengleichung. Das ist nichts anderes wie f von x ist gleich mx plus b. Und damit haben wir eigentlich was, womit wir an vielen Stellen arbeiten können. Gut, schauen wir uns noch eine andere Gleichung an. Was vielleicht der ein oder andere in der Schule mal gesehen hat, ist die Parabelgleichung. Und die sieht eigentlich ähnlich aus wie die Geradengleichung. Nur, dass man bei der Parabel sagt man nicht m und b, sondern an der Stelle b und c. Mein Gott, ist Konvention. Habe ich mir nicht ausgedacht. Und was wir jetzt zusätzlich noch dazu zählen, ist dieses x². Und dieses x² sorgt für diese typische Form der Parabel, die eben runtergeht und sich es dann irgendwann anders überlegt. Also f von x ist gleich, und jetzt haben wir wieder unsere Faktoren davor, ax² plus bx plus c. Also jedes dieser x hat dann nochmal so einen Wert davor. In dem Fall a und b. Und bei der Geradengleichung war es halt das m. Muss man sich einfach merken. Okay, das wäre die Parabelgleichung. Dann habe ich jetzt einfach mal eine trigonometrische Funktion noch dazu gepackt. Das ist hier in dem Fall jetzt die Sinus-Funktion. Die ist jetzt hier eigentlich nur Sinus x. Aber durch diese Faktoren und Summanden kann man diesen Graphen ein bisschen zusammenschieben, auseinanderziehen, nach oben, nach links, nach rechts verschieben. Also solche Sachen machen wir mit diesen Konstanten a, b, c und d. Und dieses Sinus sorgt einfach für diese Wellenform. Das ist eigentlich alles. Näher möchte ich jetzt auf diese einzelnen Funktionen nicht eingehen. Wenn wir sie nochmal irgendwo in der Programmierung brauchen, dann werde ich dazu nochmal ein eigenes Video dazu erstellen. So, also was wir uns jetzt angeguckt haben, waren wie gesagt Funktionen. Und zwar jetzt streng genommen ganz einfache Funktionen. Und zwar Funktionen, die wir im zweidimensionalen Raum hinschreiben können. Mit x und y. Das ist unser Koordinatensystem. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dieses Koordinatensystem jetzt noch zu erweitern. Vorstellbar wäre jetzt ein dreidimensionales Koordinatensystem. Auch wieder ein kathesisches Koordinatensystem. Und in dem Fall haben wir jetzt hier unsere x-Achse, unsere y-Achse. Und das wären jetzt unsere Eingangssignale. Und was rauskommt, ist jetzt der z-Wert. Und oben sehen wir die Funktionsgleichung f von xy ist gleich Sinus x mal Sinus y mal Cosinus x mal y. Also ich habe jetzt irgendwas genommen, was ein bisschen nett aussieht. Und mehr können wir Menschen uns streng genommen nicht vorstellen. Also wir können uns nur dreidimensionale Objekte vorstellen. Der Computer, der kann da mehr machen. Also wir können beim Computer 100-dimensionale Koordinatensysteme bauen. Das System wurscht. Der macht es einfach, der rechnet die einfach standardmäßig durch. Das ist sozusagen der Vorteil von Formeln. Die können wir jetzt beliebig erweitern. Und da würde man jetzt nicht irgendwie a, b, c, d, e bis x, y, z nehmen, sondern würde man eher wahrscheinlich x1, x2, x3, x4. Und das würde dann zu einem y-Wert führen. Oder z-Wert oder wie auch immer man das dann nennt. Genau, das wäre jetzt im Wesentlichen die Idee hinter Funktionen. Und wir können im Computer solche Funktionen natürlich selber bauen, indem wir ganz einfach sagen, wir bauen uns ein Unterprogramm, das einen Rückgabewert hat und eine Parameterliste. Und das wäre dann aus Sicht der Programmierung eine Funktion. Aber das ist für uns ja eigentlich schon inzwischen ein alter Hut. So, so viel dazu. Und ja, wie gesagt, ich möchte da jetzt auch dranbleiben an diesen Themen. Wann immer bei irgendwelchen Praxisthemen ein mathematisches Problem auftaucht, dann versuche ich dran zu bleiben und hier entsprechend ein Video dazu zu bauen. Also bis dahin wie immer dranbleiben.